Sie leiden zunächst unter den Auswüchsen der europäischen Notenbankpolitik, dass nämlich praktisch der Zins abgeschafft wird. Und dann sagen viele, vor allem junge Menschen, wieso soll ich noch sparen? Dann geht man in den Konsum und das sehen wir auch in der Wirtschaft. Die Wirtschaft ist binnenkonjunkturgetrieben. Das heißt, viele Menschen sparen nicht mehr, sondern geben das Geld im Konsum aus. Das ist auf Dauer nicht gut. Schauen Sie, ein Mittelständler, der konzentriert sich natürlich auf die Entwicklung seiner Produkte. Das ist ein Tüftler, ein Erfinder. Dann guckt er, dass er die vertreiben kann, dass er damit Geld verdient. Wenn der jetzt sich mit Finanzierungsfragen im Kapitalmarkt bewegen muss, dann muss er die Emissionsprospekte machen. Da ist eine dicke Prospekthaftung dahinter. Da sind Kosten dahinter. Dort sind Dokumentationsrisiken. Kapitalmarktfinanzung ist schwierig, denn dahinter stehen ja Anlegerinteressen. Die wollen, wenn sie so eine Mittelstandseinleihe kaufen, natürlich auch eine gewisse Sicherheit haben. Die wollen natürlich einen höheren Zins, aber auch eine gewisse Sicherheit. Und das alles beißt sich. Das heißt, das ganze Risiko der Finanzierung will er bei der Bank haben. Und er will einen langfristigen, festen Zinssatz. Das ist die Sicherheit der Finanzierung des baden-württembergischen Mittelstands. Und die ist bankgestützt und nicht kapitalmarktgestützt. Für uns ist wichtig, dass bei den Entscheidungen, und es war ja auch das Europaparlament mit Dr. Schwab vertreten, aber auch die Kommission, die vertreten war. Die europäischen Institutionen sehen, da ist ein System, speziell in Baden-Württemberg, aber auch in Deutschland, erfolgreicher Mittelstand. Dann regionale Banken, die diesen Mittelstand hauptsächlich finanzieren. Und das bringt Stabilität. Und dass sie sagen, dem müssen wir gerecht werden. Das dürfen wir nicht einfach runter regulieren mit einer Regulatorik, die immer teurer wird und die die kaputt macht dann. Und das sind ja erste gute Ansätze in der Politik. Und deshalb bin ich Optimist und bin dafür, mit solchen Diskussionen dann auch die Mitglieder der Entscheidungsgremien für uns zu sensibilisieren. Und diese Punkt wird dann um, meine Damen und Herren, die ein meter pro Dinner mit dem Und deshalb sind die Ein TYPF-BBlaster, die in die Mitte der Zukunft. Und dann kannst du einfach auf diesen Bereich rein aufnehmen. Und dann kannst du einfach mal auf.